Was ist Wissen und Fakten? Meines Erachtens sind Wissen und Fakten eine entscheidende Grundlage für jede gut funktionierende Gesellschaft, wie zum Beispiel unsere Gesellschaft in Deutschland. Harte Forschung hat das Wissen geschaffen, von dem wir alle profitieren. Denken Sie zum Beispiel an den medizinischen Fortschritt, der uns eine höhere Lebenserwartung beschert hat. Wir alle müssen in unserem Leben persönliche Entscheidungen treffen oder auch Entscheidungen, die der Arbeit angehen. Politiker müssen Weichen stellen, was die globalen Entwicklung unserer Gesellschaft angeht. Solche Entscheidungsprozesse sind selten wirklich eindeutig, aber ich finde es extrem wichtig, dass sie auf einer soliden Wissens- und Faktenbasis basieren. Mal ein Beispiel für so etwas. Ein berühmter Mann hat mal gesagt, dass 99% aller Corona-Infektionen total harmlos verlaufen. Schauen wir uns mal die USA an. Dort gibt es zurzeit 5 Millionen Leute, die mit Corona sich infiziert haben. Wenn davon 1% nicht ganz so harmlos waren, sind das 50.000 Fälle. Allerdings ist die Todesrate in den USA zurzeit 150.000. Das muss man nicht mal weiter kommentieren. Ein anderes Beispiel. Jeder Mediziner in Deutschland würde sagen, dass Rauchen schädlich ist. Wenn Sie jetzt ein Raucher sind, habe ich damit überhaupt kein Problem, solange Sie einfach sich dem Risiko bewusst sind und eben die Entscheidung getroffen haben, trotz dieses Risikos zu rauchen. Nicht alles, was man im Leben macht und was schön ist, muss auch risikoarm sein. Ich wäre aber extrem irritiert, wenn Sie mir erzählen würden, dass Rauchen, der Gesundheit nützlich ist. Was ist eigentlich mein Pädagogie? Wenn Sie noch mal vor einer großen Entscheidung stehen oder eine Meinung bilden wollen, schauen Sie sich zunächst erstmal die Faktenlare unvoreingenommen an. Fragen Sie zum Beispiel einen Wissenschaftler. Und wenn Sie das getan haben, dann treffen Sie Ihre Entscheidung oder bilden Sie Ihre Meinung, Ihrem Bauchgefühl oder dem Herzen folgend. Vielen Dank.